die osterküken wette andere und die morgenmädels suchen den schnellsten schlüpfer wir suchen den schnellsten schlüpfer und es ist noch nichts passiert alle noch drin das mützchen die acht ist ein bisschen verrutscht auch gut die wahrscheinlichkeit ist natürlich jetzt sehr groß dass dann wirklich schon leben drin steckt und ich habe mal gelesen gerade so über kleinen embryos ist musik sehr wichtig ja sowieso also vielleicht singe ich den küken jetzt kleines ich würde sagen die sind jetzt abgeschreckt genau wir machen uns einfach wieder zu ja entschuldigung meine osterküken wette andere und die morgenmädels suchen den schnellsten schlüpfer die osterküken wette andere und die morgenmädels suchen den schnellsten schlüpfer